So, na dann war die Klager. Ja, die waren bei uns. Die haben durch ne leere Büchsen-Suppe geklaut. Meine Suppenbüchse. So, wir können uns auch nicht bewegen. Passiert vorne eine Lede. Sonst hätte ich gesagt, time for sniping Steve. Schleich ins Lager. Okay. Das Ding wird doch jetzt aber nicht komplett leer sein. Machen wir uns doch nicht vor. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ist das Ding am Zelt? Schau meine Brücke, Lee. Ich werde die Tänne anschauen. Na? Tum, 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 tum. Alter, die Wehren, klingt doch einfach kurz zum Vergrößern. Geile Wettwäsche. Die Kugel sind klein. Sie können nicht ihre Hauptbasis sein. Das war's, was ich dachte. Schau mal an. Da ist wahrscheinlich ein paar Sch***, die von uns ausgelöst haben. Na, dann schauen wir uns mal um. So, was haben wir da? Eine Lattenbox. Schön. Haben Sie die Lattenbox von euch geklaut? Was für nichts. Nothin? Hihiste. Wievocat. Kein Akzent. Oder doch nicht. Was ist das? Was hast du gefunden? Ist der Gartenstuhl von euch? Nehmen wir den mit? Das ist kein Problem. Den finde ich gut. Der nehm ich mit. So, okay, ähm, Zelt würde ich jetzt erstmal noch nicht reingucken, oh weird, aber Feuer ist noch an, ne? Also hier köchelt noch was. Es ist also nicht verlassen. Die ist jetzt nicht so geil. So, was haben wir denn noch? Hier haben wir noch, oh, was haben wir hier? Ja, Benni, ansonsten würde ich jetzt erstmal so schnell erstmal alles für die Elbenbalsamierung klar machen, ne? Plopp! Ja, schaut gerne mal in dem Video. Danach vorbei. Seht zu, wie Benni die geilsten Sachen zusammenmüscht. Ah, hier, da, uh, Benzinkernister. Nichts als Rauch? Was ist denn das für eine Ausnahme, wenn ihr den Banzinkernister anguckt? So, Save-Alot-Kiste. Und? Was haben wir da? Das ist so geil, Alter. What is in the box? Schön. Ah, nichts. Was haben wir noch ihre Dosen? Das ist so, wenn du ein Banzinkern brauchst. Das ist so, wenn du ein Banzinkern brauchst. Hm, das ist so geil. Ja, ich werde es passen. Schwupp. Aha, uh, was ist das denn? Steaks. Boxen aus der Därii hier. Wahrscheinlich das Essen, die wir ihnen gegeben haben. Fuckers cross the line. Was ist das? Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Kamera. Was haben wir denn da? Video-Kamera. Let me see that. Nee, ist meine. Ist meine A-Pot. Batterie ist dead, though. Oh, gut. Was haben wir noch hier? Wir schauen, ob wir etwas benötig finden können, und dann gehen wir weiter. Ich sehe, dass du das Banzinkern brauchst, und ich glaube, dass du sehr gut bist. Du bist ein Hunter? Nein, aber Lilly hält uns alle auf der Regulärmste Training. Lilly, huh? Sieht so, dass sie diese Demokratie ist, wie du siehst. Ja. Okay. So. Das ist total cool. Wir kamen da zum Kaffee rein, die schwebt so ein frischer. Ah, heiß, 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 heiß. Danke, Benni. So. So, was haben wir noch? Diese Einkaufsfarbe. Können wir noch den Euro rausnehmen? Es ist so, dass sie ein paar Sachen verliehen. So, okay. Ich muss ja, ab und zu feiere ich ja immer quasi, wenn irgendjemand sagt, What is in the box? Ja, wo man so, what is in the box? What is in the box? Kennt das eigentlich jemand, irgendwie von euch, diese Zitate? Oder diese Meme? Ihr Lieben? Kennt ihr das? Nö. Ich gebe euch einen. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, das darauf folgende Zitat ist, Bleibt weg, John Doe ist uns zu überlegen. What is in the box? What is in the box? Sieben. Tatsächlich. Brad Pitt zum Schluss, wo sie den Karton finden, wo der Karton geliefert wird. Und zum Englischen sagt er, What is in the box? What is in the box? Und dann natürlich, Mom Freeman, Nothing, man. What is in the box? So, okay. Wir schauen jetzt mal ins Zelt. Also, das teilt es jedes Mal, wenn jetzt hier irgendjemand sagt, wo ist deine Box? Und ich sage, What is in the box? Wisst ihr auch warum? Müsst ihr wahrscheinlich hoffentlich auch schmunzeln. So. So, den Teddy kannst du mal gleich mitnehmen. Für Clemen. Hallo? Is there something? Na, die haben bestimmt auch unser Basecap. Oh, kommen die nicht mit. Hat Blut den Hasen? Ne, die kannst du nicht mitnehmen. Warte mal da. Was ist das? Schlafsack. Oh, das ist leer. Ja! Ja! Ist das, ist das die Mütze? Ja! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wer bist du? Hey, wir hatten ein Problem. Keine Schuhe, so lange, wie wir dir Essen geben. Was ist das? Du hast ein Problem mit ihnen. No, I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. Who the fuck are you? Let's mal diplomatisch mal ein bisschen, ja, nicht so kochen lassen. You gotta come back to the dairy. Oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time, when I asked you sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What? What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Entspann nicht amal. Lass uns holen. Tell him what you got in mind for us. Okay. Okay. You straight up murdered that woman. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. What a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And a day, I need to go to the crossbow. I need to do it. So, yeah. We head back. Once they see this, they'll get the message. Wollte sie uns jetzt vor ihm warn? Sag ihm, was du mit ihm vorhattest. Ach so, hier die Daryl 3000. Tolles Modell, tolles Modell. Für alle, die die Walking Dead nicht kennen, irgendwie Daryl ist der Charakter, der da ständig mit so einer Armbrust rumrennt. So, das hat uns jetzt vorgebracht. Wir haben jetzt das Cap wieder. Und wir wissen, dass die Brüder hier nicht unbedingt ganz koscher sind. Ja, das war ein Ruhm. Ja, das war ein Ruhm. Jesus, Teddy. Ouhh, what? Du bist nicht so, dass du sie auf sie verhängtest. Das war mit dem, was sie mit deinem Freund gegangen bist. Du bist zurück. Was ist passiert? Du hast es aufgepasst, Mama. Komm er. Mann ey. Kommt doch mal klar ey, ehrlich. Was könnte man so sagen? Kann ich anhören. Ja, haben sie, haben sie. Ja, haben sie. Ja, haben sie. Ja, haben sie. Ja. Ja. Ach, schön. Ja, die Mutter macht ja erstmal einen ganz manierlichen Eindruck, oder? Irgendwie. Komm, machst du nur die Tür zu? Klemmi, kommt da deine Mütze? Ja. Na gut, ey. So, leg mal zu, Klamin. Oder was? Sollten wir uns jetzt hier noch weiter angucken, hier alles. Wie? So cool, wie der Donner so im Hintergrund rollt. Toll gemacht. Toll gemacht. So. Stalltür. Hobe mit. So. Batterien in die Kamera? Haben wir Batterien? Hashtag Sie bitte? Yeah. Oh. Uh. Das war Nhung. Das ist alles. Das war ваш. Das war das. Das war der Zache. Daddy hat gesagt, es ist ein Salzlick. Ja, aber nicht licken, es ist gross. Hast du es licken? Ich weiß nicht. Schön. Ach toll. Weiß ich nicht. So, gut, dann gucken wir mal hier in die Stallung. Ja, das ist sehr ordentlich hier, das sieht sehr gut aus. Erstmal eine kleine Stallinspektion. Schön. Gut so. Du, 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 weiter geht's. Müsst du die Stallung angucken. Auch sehr gut, sehr gut, so gefällt mir das. So, Junger schreibt, und nun Batterien in die Kamera. Ja, also dadurch, dass wir keine Batterien haben, müssten wir natürlich erstmal gucken, wo wir Batterien herbekommen. Oh, was haben wir denn hier? Ansehen, Milchkarton. Empty. Empty. Gut, eh. So, ja, muss ich jetzt beiwohnen, während, äh, Mabel irgendwie, äh, hier ihr Kind kriegt, ihr Kalb. So, was haben wir auch, was ist denn das alles? Was ist denn das, Infusion? Was ist denn das alles? Was soll denn diese Infusionsbeutel? Wurde er einen zoomen? Bei der Card. Bei Card. So, was haben wir hier? Das ist zu, vorhin geschlossen. Du hast es auch gefunden, oder? Lee, sie schlugen etwas. Nach dieser Tür. Ich habe einen schnellen Blick. Sie haben Boxen von Stoffen. Sie haben eine Anrausungstür. Nein, du bist paranoid. Es ist mein Job, dich paranoid zu sein, Lee. Ich habe meine ganze Familie in dieser Form. Ich habe ihn in dieser Form, jetzt. Wie geht es mit dir? Was geht es mit Clem? Ich werde sie nicht schlugen, egal was. Ich weiß, du soll. Schau, der Mann mit Katja. Was ist der Name? Er hat es richtig festgelegt, als wir in. Ich habe definitiv gehört, ein Geräusch, da, Lee. Was? Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also, geh holen einen Hammer oder was, und ich habe das Ding auf in ein Moment. Du gehst mich auf, um die Farmer zu kommen. Ich habe einen Rund. Hör auf, Mann. Ich denke, das ist gut. Du schlugst den Lock. Dann, was ist das, wenn du falsch bist? Du hast nur eine Chance bekommen, um einen guten Essen zu bekommen, mit diesen Kindern, die du zu schützenst. Use dein Kopf, Kenny. Alles klar, Professor. Was hast du in mir? Ich habe einen Blick, was wir mit uns beschäftigen. Hey Lee you know how to pick a lock right no why would you say that well you're you know you are not saying what I think you're saying Jesus man from for crazy shit just comes out of my mouth sometimes sorry hmm what see those screws instead of breaking the padlock we can just take off the assembly have a peek inside and then replace it all again like nothing ever happened all right sounds like you gotta play oh I keep an eye on that guy with the cow Andy shit I thought that was Danny whatever can I help you boys find something never been to a dairy farm before don't roam around without me or Danny the farm can be a dangerous place you know the bandits and all sorry about your friend hey do me a favor don't fuck around with this door okay just you know mama gets nervous Andrew I need your help again no problem right away that mama hat er nicht so hören schon klar schon klar was verbergen die dahinter das doch definitiv lenke Andy ab um ihn aus der scheine zu locken okay so gut dann schauen wir uns mal die anderen stellen vielleicht finden wir da wo nicht so gut wie zum beispiel Futtertruck okay raus und hier vorne war noch eine so wie kriegen wir denn jetzt endlich raus wo ist die erstallung hier so und kann ich jetzt nicht sagen nimm Zaunpfähle benutze Zaunpfähle mit Schrauben so wie also ich brauche einen Schraubenzieher irgendwo brauche ich einen Schraubenzieher Dirk was hast du ein Schraubenzieher das war ich Mause Zähnchen sag mal hey fünf Euro ins Schimpfglas so 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 wie lock ich ihn jetzt weg kann ich den Zaun auslösen jetzt kommt er raus ja man muss es auch nicht gleich alles vernageln die kommen auch nicht um die Schrauben rum wahrscheinlich auch hier guck mal hier hallo so so ja da kann man noch einen Kruppschau so äh Berlin sagt grad wolltest du nicht die Mütze geben ja wollte ich wollte ich sollte ich mag es jetzt denn ich würde mich ganz kurz hier mal umsehen vielleicht findet man noch irgendwas irgendwas hier ein Eisfeld ja ja ihr könnt ihr versuchen vielleicht den Generator zu sabotieren dass Andy sich den angucken muss aber wie könnt ihr den jetzt auch nicht dauerhaft beschädigen oder so das wer vielleicht oder mach ich ja Moment boop ja ähm use it aber die war damals eigentlich einig Ich glaube, ich brauche einen Schraubzieher für das. Ich brauche einen Schraubzieher. Aber wer hat einen? Ja, okay, gut. Es ist eine kleine Schraubzieher. Okay, Zange. Das leiden wir uns mal kurz. So. Ja, letztendlich ist natürlich die Frage. Ich brauche einen Schraubzieher. Bei Multitool, wenn du Glück hast, ist eins mit bei. Ja, hurra! Das ist schön. So, den klauen wir mal am besten. Au! Das Ding erst mal aus! Hör mal! Safety first! Watch your fingers! So. Das Ding ist nicht zu tief für meine Hände. Knirsch, knirsch, knirsch! So, dem Ingenieur es nicht zu schwör. So, naja, denn Andy, wenn du nicht gerade weiter zu tun hast, würde ich jetzt einfach mal sagen, mach mal dein Ding weiter irgendwie. Du hast ja gesehen, der Treibring ist hier platzt. Du siehst ihn zwar nirgendwo unterrissen, aber mach mal. Und wir haben einen Schraubzieher. Open up! Ja. Moment mal. Ja. Moment mal. Wieso? Warum macht ihr da so ein Getreppel? Ja. Moment mal. Wieso? Ich wusste, dass du es findest. Du sagst, dass du es findest. Du hörst. Hörst. Du hast jemanden gebetetet? Nein. Du hast jemanden gesehen, dass du den Motorhof gesehen hast? Nein. Warum? Es ist wahrscheinlich nichts. Ich weiß, ob du es gesehen hast. Okay. Ich werde. Hey, Lee. Du denkst, dass du immer noch ein Kind haben? Nein. Ich würde sagen, dass du ein Kind wie du bist. Das ist schön. Du wärst ein guter Vater. Na gut. Danke, dass du mein Hatt gefunden hast. Du bist willkommen, Clem. Willst du die Kug mit mir mit dem? Nein. Aber du gehst hier. Ich würde das nicht machen. Selbst... Clemmy auf der einen Seite. Duke auf der anderen Seite. Duke. Klingt fies, aber ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne mit der Wimper zu zucken. Die kleine Clemmy muss überleben. Mann, wir wollten doch jetzt... Mom! Dad! Dinnertzeit! Es ist Dinnertzeit! Okay, Honey. Lass uns das. Dad! Dad! Komm mal! Lass uns essen! Kenny, komm mal, Honey. Kenny, komm mal. Die Kinder warten nicht. Ich werde dir eine Entschuldigung machen. Lass das Ding weg. Naja, muss ich direkt grad, oder? Wer hat's von Anfang an auch schon mal verkackt? Außerdem ist das nervig. Naja, ist eigentlich... Ist ja nur ne kleine... Ist ja nur ne kleine Ortsgehörung. Wo ist denn unser Multitool jetzt hin? Ach, da haben wir das an der Seite. Huh! Wir haben grad mal kurz kleine Schnappatmung hier bekommen. So! Denn... Niep! 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 Wird jetzt viermal machen? Was für ne... Was ist das ja nicht für ein Quatsch jetzt irgendwie? Warum? Will da jemand Zeit schilden? So! Ah, und das letzte ist... Schlitzschrauber. Hm, geht nicht. So, und schauen wir mal. Was... Was behind the door? Boy, didn't you hear the bell? No. Dinnertime. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So, you see? Nothing to worry about. Aha. Klar. Alter, ich hab ne ganz üble Befürchtung. Und ich glaube ihr wisst das wahrscheinlich auch schon, ne? Biscuits! Wow! Biscuits! Oh boy! Biscuits! We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh! This is a delight. I can eat a horse. Where's mom? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom is right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Aha. So, ich wasch mir natürlich nicht die Hände. Ich geh nach Mark. Was ist das? Ne, geh auch. Mark, Kumpel? Mark! Was ist das denn für ein Kabel, was hier runterläuft? Shhhh. Knarzt in der Stufe. Mark! Kumpel! Was ist das für ein Kabel? Mich irritiert dieser Kabel. Was ist das für ein Kabel? Läuft eine Schranktür. Was ist der Kabel? Was ist das für ein Kabel? Wunder Sie was zufrieden. Kokonel. Was ist das für ein Kabel? Daher. Wunder Sie nicht. Wunder Sie'm. Wunder Sie in der Stufe. Ich denke, jemand gut rein. Oh Leute, Leute, ich habe ein ganz, ganz blödes Gefühl. Ketchup, da ist das Blut, Mann. So, also, ich sag, die Katze ist aus dem Sack irgendwie, hier stimmt was nicht mit dieser Familie. So, was, irgendwas? Kann ich das jetzt verschieben? Ja, genau, den Schrank kann man bestimmt verschieben, Jojo, dachte ich auch, guck mal, sind doch Kratz-Spulen, ne, stimmt, richtig, aber, ist hier irgendwo ein Schalter, irgendwie, vielleicht ist das ja, uh, uh, wie aufs Wunder, irgendwie, äh, mit so einem, eben, mit so einem Mechanismus versehen? Oh, hier, ein Fenster. Mann, Alter, bringt da nicht, oder ist der Schalter vielleicht außerhalb? Benni, sag was! Was sollen wir tun? Jojo schreibt, was mit dem Kabel machen. So, Kabel ineinander stecken. Klingt erstmal naheliegend. Von dem ist, ah, hier mit Hand. Jetzt, jetzt geht mit Hand. So, Licht. What the hell? So, jetzt, komm. Können wir jetzt hier durchschauen? Ne, ne? Oh, scheiße. Die Tür. Hm. Oh, fuck, Alter, die hat ja Mark umgelegt. Die haben die Beine abgesiegt oder was? Brothers. What the hell happened to your legs, man? Don't. Eat. Dinner. Oh Gott. Oh Gott. Schneemann. Ah! Nicht, 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 nicht. Lee, Jesus, Mann. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you an me. Ja, Lee, it's gotten into you. He just had a start. They could use some goddamn manners. You're eating. Human. Meat. That's crazy. The hell? Ridiculous. Ah, scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boss. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Ugh, I'm gonna puke. Just let us go. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways. One way or another. Like y'all. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere! We got lots of use for y'all right here. We got lots of use for y'all right here. Scheiße. What the fuck? The fucking... What the fuck? Put your guns down! We're walking out of here! You go near my fucking family! I don't wanna die. Mommy, what did I eat? Everyone! Everything will be okay! We... 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 Jans, entspannt euch. Ah, nimm deine Dreckchen-Scheiß-Pfoten weg, Alter. Mein Gott, Alter. Lass die los. Lass die los. Lass die los. Na, guck mal. Mark kommt unter dem Essen. Wunderbar. Schön. Toll. Fuck. Open the goddamn door! You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands! We gotta find another way out of here! You damn fucking bastards! Open this door! Goddammit! I will knock the goddamn door down! It was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, goddammit! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now, come on. Now, come on. Now, come on. Now, come on. God, come on. They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Please, those psychos have my family. And we're stuck in a damn meat locker! We have to get the fuck out of here! This goddamn Thumbsucker was the one who brought us here! Willst du all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. So, wats... Klima nahe können wir angucken. Man, halt doch nicht auf meinen Maul, man! Easy! Oh, God. Oh, na toll. Er hat noch einen Herzinfarkt. Na, ist ja bestens, Alter. No! Dad, come on! Dad! Oh, God. Er hat stopped breathing. Ich glaube, er hat einen Herzinfarkt gehabt. Shit. Ist er tot? Er ist nicht tot! Somebody help me! Fuck. Helfen oder nicht helfen? Er ist nicht tot! Helfen oder nicht helfen, Scheiße. Du, wir müssen gleich nichts entscheiden. Was sagst du? Lilly, ich bin sorry. Ich bin wirklich, wirklich. Aber in ein paar Minuten werden wir in einem Locked-Room mit einem 6'4", 300 lb, wirklich verletzten... ...verletzten Tod. Fuck you! Wir können ihn zurückbringen! Lee! Guten Morgen später. Aber jetzt müssen wir ihn zurückbringen. Nein! Gott, verdammt, Kenny! Er ist nicht tot! Er ist tot! Wir können ihn nicht tot, Kenny. Erinnerst du, wie schwer es war für dich, den Monster aus der Katja? Und Larry ist zweit der Größe. Er ist oder wir. Er ist tot, Kenny. Er ist tot, als wir alle denken, dass Duck war. Ich habe ihn den Vorteil des Verzugs. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Duck war nicht. Aber komm, wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen. Erinnerst du, was Ben gesagt hat. Du musst das Gehirn verletzen. Kommt, Lee. Ich bin richtig über das. Ich weiß, dass du meine Beine hast. Du hast immer. Gott sei Dank, Lee. Ich brauche dich! Bitte, hilf mir! Kommt, Dad. Kommt! Wir müssen das Beste tun. Wenn wir das jetzt machen, und wie verkacken wir das sowieso mit ihr und... Weißt du, was ich sagen will? Du bist so dumm. 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 Du kommst mit dem Schreckstein. Was? Wir müssen uns zuerst aufreiten. Du bist so dumm. Ich habe einfach... Es musste gemacht werden. Du wirst nicht wissen. Ja, ich bin. Und so habe ich das. Ich war der Mann. Nimm sie doch mal einen Arm jetzt an. Können wir in den Mikro beißen hier, Alter, das darf doch nicht wahr sein, ey, wäre krass gewesen, hätte da noch so kurz die Augen aufgemacht, so nach dem Motto, so, da fehlt uns jetzt halt, äh, ja, nicht mehr auf den Sack von hier verschwinden. So, warum konnte ich mir vorhin die Klimanase angucken? So, da. Hier, der Atze hat doch welche in der Tasche, hier, er hat doch, was, 60 Cent hat er doch bei ihr habt. Darf ich mal kurz an deinen toten Papa? Äh, das ist ganz egal, Kenny wollte nur helfen. Das kannst du nicht bringen, glaube ich, jetzt. Ja, man, er hat 60 Cent, hat er vorhin gesagt. Lillie, zick jetzt hier nicht rum, Alter. Ist ja nicht so, dass er jetzt noch ihr Held braucht. Scharon, den Fährmann. So, woher wir bei Diablo wären. Mal gucken. Oh, ne. Gucken wir erstmal hinten. Ja, sehr schön. Ja, scheiße. So, wie er, der schon mal probiert hat, mit einer Münze eine Schraube rauszudrehen. Macht keinen Spaß. Macht überhaupt keinen Spaß. Na, viel Spaß, Alter. Das Talks, so ne Scheiße. So, jetzt hier. Weil so groß sind die Schrauben eigentlich nicht. Die Schultoilette von mir noch. Das geht. Das geht super. Es ist krass, wenn die mal... Wir passen da nicht durch. Oh, nein. Es ist krass, wie der Regen hier auf dem Blechdach hier prasselt. Europaletten! Europaletten! Du schaffst das. Du denkst, du kannst das tun? Ich bin schraubt. Es ist okay, dass du schraubt. Wir brauchen dich, Clementine. Okay. Es ist mir nicht wohl dabei. Seid mal, wie es... Was mache ich, wenn ich rauskomme? Ja! Du bist okay? Hat jemand gesehen? Nein, aber es gibt ein Mann draußen. Wo bist du denn? Was hast du denn? Kenny! Lilly, ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich muss nur ein Minuten sagen. Sag sie low. Hey! Wir sind gut. Okay. Warum denn auch uns? Sid! So, Kenny. Jetzt hat mal ein Beiflag. Wir müssen überlegen, was wir jetzt hier tun. Ich will. Aahh… Ja, ne ein paar Rinder. Oh, ne? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh nee, sagen wir nicht, dass da schon irgendjemand da drin ist. Komm, nimm die Kapsel hier. Oh, was haben wir da? Heuhaken. Der ist gut, den nehmen wir. Fiese? Hm, warte mal da. Oh, was ist denn das? Wahrscheinlich, haben sie das jetzt zensiert? Ja. Oh, Viehtreiber. Yes. Ah, okay, okay. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir eine Sichel. Was sollen wir nehmen? Sollen wir die Viehtreiber nehmen? Tja, ihr Lieben, mit was wollen wir uns bewaffnen? Sichelhaken oder Viehtreiber? Oh. Was wird wohl die Waffe unserer Wahl sein? Sichel, finde ich schon nice. Okay, Sichel, Sichel. Jupp, Sichel. Okay. Alle wollen die Sichel. So, dann bleiben wir bei der Sichel. Wander voll Blut. Das ist das, wo wir die Menschen legen. Oder eben war doch ne Wander voll Blut mit. So, okay. Sprich mit Kerning. Was, was du denkst, du machst? Meine Familie zurück. Was, was du machst? Wollt auf und holt seine Beine? Wie gut ein Plan. Kann ich nicht auch die Batterien aus dem Ding rausnehmen? Aus dem Viehtreiber? Aber wir haben auch keine Kamera mehr. Von daher. Jut! Ja, das ist natürlich die Sichel schon mega perfekt jetzt. Eine adäquate Waffe. Hey. Oh, shit. Okay. Okay. So. Das ist der Käse. Was soll mein Name aussehen? Das Fenster? Das Man sieht doch immer untersuchen. Das stimmt nur nicht. Was ist das denn? Ist nur das... Ich denke, das ist ein Spiel. Was sind wir jetzt? Vernehmen wir jetzt. Ja, gut. Keep it simple. As soon as he passes us, jump it from behind. See what he's doing now. Oh! Ja! Da ist es, du Schwein! Na, mach doch was, Kenny! Jawoll! Sichelt ihn! Sichelt ihn! Und jetzt Bärmf halt ihn! So ist gut! Ah! Nummer eins haben wir schon mal. Na, du warst ja eine richtige Hilfe, Kenny. Du warst ja eine richtige Hilfe. Schande! Schande! Was, 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 was? Was ist jetzt los? War da Katja? War doch Katjas Farbe, die ich gerade gelesen habe. War doch nicht. Wir sehen? Du verstehst jetzt nicht, oder? Du kannst mich nicht mehr. Das ist wie der Welt funktioniert jetzt. Du kannst dich selbst selbst. So dass die anderen leben. Ich würde dich nicht mehr töten. Ich würde dich nicht mehr töten. Ah Scheißfreak, alter! Verrecke! Verrecke, etwa von alleine! Ich weiß, ihr wolltet ihn jetzt alle tot sehen, aber ich möchte nicht, dass Clemmy mich sieht, wie ich den Typen jetzt einfach eiskalt töte. Das ist nicht cool. Ich glaube, das wäre nicht cool gewesen. Da! Clemmy wird sich merken. Vater des Jahres! Nichts. Du bleibst hier und bleib Clemmy zu Hause! Ich bin gleich zurück! Wahrscheinlich habt ihr jetzt alle so epic Facepalms zu Hause, ihr habt so... Benni, du kannst mal bei der Aufnahme, kannst jetzt die schöne nackte Kanone Szene mal machen, wo sich alle einen Facepal nehmen. So, Kenny ist schonmal zum Haus. Kenyan hat mich irgendwie an Schrauben, Conny. Conny Rehmann. Da ist jemand der Mais! The Walking Dead. Aber was war das? Armbrust? Nein, die fucking Banditen oder was? Ach nee, guck mal! Carly! Lee? Ow! Shhh! Ist alle okay? Ihr habt alle zu lange weggezogen. Sie hat uns gebeten. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir sie nicht glauben können. Shit! Wie viele davon sind da? Zwei leften. Woher? Larry ist tot. Sie haben auf Mark's legge und versucht, sie sie zu uns. Shit! Ist alle anderen okay? Sie haben immer noch Duck und Katja in der Haus. Und ich weiß nicht, wo der Kinne ist. Alles klar. Wir kommen in, um Hilfe zu helfen. Das Hauptgut ist zu gefährlich. Geh rund um den Fenster und sehen, ob es einen Rückweg gibt. Ich schaue immer noch für Kitty. Hast du ein Weapon? Ich lasse nicht nach Hause ohne ihn. Ben, steig nahe. Und lege. Sei vorsichtig. So, tatsächlich hat sich Ben aber schon als relativ tauglicher Mitglied unserer Gruppe jetzt gemacht. Die sich jetzt eh ein bisschen ausgedünnt hat. Nein, nein! Du schlägst uns! Wir werden schnell! Ich lasse dir einen Jungen an. Nein, bitte nicht den Jungen an. Der ist nicht der Jungen an. Ich will euch nicht verhören. Andy? Danny? Ist das du? Was ist da los? Das ist ich. Oh Gott. Das war ich. Das wird jetzt... So, kann ich noch irgendwas? Nee, kann ich noch nicht nehmen? Ja, mach ganz cool, mach ganz cool. Beruhig dich, beruhig dich. Alles, wir können die Situation regeln. Wir können die Situation regeln. Lass einfach die Waffe fallen. Entspann dich. Entspann dich. Sollte ich jetzt... Ich hab mich jetzt bewegt, leider. Scheiße, ich bin aber nach hinten gegangen. Schade. Klicke, um fortzufangen. Mist. Das ist der ständige Übergleiter in diesem Let's Play. Sie kann doch nur nach vorne. Stopp right there, I mean it! Das ist okay, das ist okay. Sieh, warte, ich hab hier einen Kaffee. Ganz entspannt, ich tue dir nichts. Ich bin natürlich der Yvonne Negotiator. Und sage dir, es bringt doch nichts. Es bringt doch nichts, wenn du jetzt Katja tötest. Es wird doch nur Gammelfleisch. Wie dein Sohn. Ich hab langsam in der Schaune gefeiert. Sie zählt immer noch auf mich. Wenn ich mich jetzt bewege... Achso! 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 Mach sie weg, Brenda! Please, geh weg! Mark wartet schon auf dich. Ich werde das machen! Alles wird gut, Brenda. Mach locker! Ich will dich nicht töten! Ich will dich nicht töten, Lee! Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Natürlich wolltest du mit. Das war von Anfang an klar, du kleine verfressene Stück. Mach es doch bitte nicht fisch. Ich will dich nicht töten! So! Mach locker locker! Ah! Jawoll! Mann, der brennt auf allen Ecken hier wieder. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, nein! Kennen wir! Nichts doch! Wie an ihr ist jetzt? Beruhig sich doch mal! Ja, ja, klar. Ich wollte nur Benzin haben. Oh je! Oh je! Oh je! Oh je! Oh je! Ah! 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 Oh shit! Hallo? Ach, schießt ihn! Ach, schießt ihn! Nein, er hat den Keilriemen gewechselt! Scheiße! Nein, 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 nein Und links und rechts ein Paar du Backpfeife und hier gibt es noch ein Paar, zwei Augen und den Scheitel zieht mein Freund. So und hier und da und. Ihr habt alle gesehen wie mich Emmy angeguckt hat. Sie sind beide tot. Was hast du getan? Was hast du getan? Was hast du getan? Nein, du kannst nicht weg von mir gehen, Lee. Geh zurück hier und fertig, Lee. Ja, das passiert mit so einem beschissenen Zaun. Let's go. Ich glaube, die Zombies kümmern sich drum. Mutter, Kopp, Mutter. Okay, Danny kann auch nicht weg aus der Scheune, die sind alle am Arsch. Was von dem spitzen Zaun. Genau. Aber... Walk like a leader. Ja. 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 Und Clementine fast hat sie. Aber... Ich habe sie verletzt. Ich kann sie nicht alleine, Carly. Diese ganzen Welt jetzt. Es ist halt in einfach nicht sprachlos. Katja hat das geschafft, während sie in der Haus war. Sie sagte, es war mit deinem Wissen. Ja. Ich habe es gefunden, während ich die Leute, die Mark schraubt. Du willst es? Was? Wenn man das nicht rauskommt? Ich kann das, während man passiert. Wie sollst du? Ich werde gut sein. Ich bin gut. Ich bin nicht so jung wie ich schon war. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Es wird ein Bisschen. Für die Böse der Vater zu töten? Ja. Ich würde so. Was denkst du? Du hast Larry gebetet. Du bist so, Mann. Du bist so, wegen mir. Why didn't you have my back? I saved your wife and Keith. No, I saved them, by making sure Larry didn't kill us. Tja... I couldn't do it, Ken. Well... Maybe we should stay out of each other's way for a while. Tja, what... Come on, man. Stay close. Lee? Are those bad people dead? Yes, Walker's probably got them. They were very bad people. They were punished for it. Okay. Hey, Dad. What's going on, boys? It sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Oh, God. Hallo? Nee, würde ich ihm wagen langsam. Okay, wir haben ein Kleingeld und wir haben die Kamera. Sie wären mir jetzt lieber. So, und... Hochdrehen, ne? Figures. Oh, Crap! Baby, du musst es sehen. Es ist ein Schützlodd of food und Supplies back hier. Nice. This food could save all of us. Not all of us. Look, wir wissen, ob diese Leute sind tot. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monster, who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? What if it's not mine? wie, oh nö, komm, wir gehen irgendwie fressen wir halt Rinde oder Blätter oder sollen wir das Ding mitnehmen? Dann bin ich mitnehmen, mitnehmen. Die Frage stellt sich doch ja nicht. Mitnehmen. Ich kann das noch nicht einschätzen. Selbst in anderen Hohen. Absolut, ja. Kinder entscheiden natürlich auf eine sehr einfache und sehr dogmatische Art und Weise. Was Recht und Unrecht ist. Als Erwachsener gibt es halt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern ganz viel Grauzonen und ganz viel dazwischen. Denn wir nehmen es mit, Clementine. Ich bin sorry, Sweetheart, aber es geht nicht mehr um richtig und falsch. Es geht um survival. So, dann machen wir auf, hier das Ding. So, Vorräte, 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 ist das, ja, Vorräte, Lebensmittel, Vorräte. Oh, ein schöner Pulli. Hör mal. So, und nehmen wir noch einen schönen Hoodie. Das gehört jetzt dir, aber mal auf. Ah, Batterien. Ja, damit. Die haben uns auch sehr spät. Das war jetzt die Faute im Wald, ne? Die haben sie filmt, hat ja. Verdammt, tut der Test-Mikro. Ich weiß nicht, ob Sie es helfen können. Kannst du mich finden? Natürlich. Wenn du es verletzt hast? Ich hatte es ein paar Tage vor. Ich versuche, wenn ich es finde, ich werde dir wissen. Ich versuche, wenn ich es nicht so gut fühle, wenn ich es nicht so gut fühle, wenn ich es nicht so gut fühle, wenn ich es nicht so gut fühle. Es ist das Leben, du musst dich schäuern. Die Leute, die ich immer nennen, die Freunde, die... Die Leute, die... Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Okay. Nur dass die weg ist. Und wir haben die zweite Folge von The Walking Dead geschafft, das nächste Mal. This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phase is over. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Oh, that's a lot of crazy decisions. Oh no, 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 no. We'll be right back. We'll be right back. Vielen Dank.